Was kennst du als männlich? Männlich? Nicht waschen! Er hat den Kastrationskomplex erfunden. Der arme Amtsraum. Was ist das? Das ist doch Frage! Kennst du von einer Liebesbeziehung für die nächste? Bitte! Was bewunderst du an Frauen? Warum musst du Frauen nicht verstehen? Was? Was? Weil Frauen eine eigene Person sind. Welche Hoffnung hast du aufgegeben? Cockstar zu werden. Qualen ziehst du dem Tod vor? Welche Qualen? Also bis zu welcher Grenze? Ausgerissene Ohrläppchen. Oh, nee du! Nee? Nein! Dann lieber gleich sterben. Wogegen bist du nicht versichert? Im Verlust meiner Brüste! Freund, nie verzeihen! Ich bin ein bisschen deutsch! You want to stay with us? Nein, er will mich hintergehen. Was verstehst du unter Humor? Humor! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Hältst du dich für einen guten Freund? Ja! Und warum? Wenn ich jetzt bin! Ich bin hier verliebt! Okay! In dich, wir beide! Welche Hoffnung hast du aufgegeben? Was möchtest du einmal besitzen? Abschiezen! Ablandage! Ablandage! Was machst du dir vom Jenseits? Mehr Bier! Was sagst du? Reggie oder Goa? Goa! Was fehlt dir zum Glück? Zum Glück? Ich bin glücklich! Ich bin glücklich!